Servus Leute! Willkommen zurück zu Ratchet & Clank! Äh ja, 14.30 Uhr haben wir jetzt. Toll, oder? War gestern... Super erstmal gegant. Ich war gestern wieder so müde, dass ich nicht Ratchet & Clank aufnehmen konnte. Deswegen gibt es jetzt Ratchet & Clank. Ich leite gerade Daxus 2 hoch. Und ähm... Oh, das geht. Geil. Da spare ich mir den ganzen Weg. Oh, sie sind da. Ups, voll falsch. Ja, ich habe gestern wieder Zelda gestreamt. Diesmal Ocarina of Time, weil ich nicht äh... Äh, Dingens hier... Twilight Princess HD zur Hand hatte. Aber... Jaaaa, die Grillte Schrimps. Weg mit euch! Aua! Geil! Ähm ja, aber... Genau, ich habe gestern zum allerersten Mal in meinem Leben, ganz alleine, ohne fremde Hilfe, den Wassertempel geschafft. Geil, oder? Naja... Ich werde heute eventuell wieder streamen, aber... Heute werde ich mal ein bisschen mehr meine Auge darauf streamen werfen, weil da kam ein paar Dinge vor, die wir... Also im Nachhinein habe ich es mir durchgelesen, da kam ein bisschen was vor, was ich nicht so geil fand. Jetzt werde ich da mehr heute drauf achten. Drücke die Quadrat-Taste, um die Maschinengewehre abzufeuern und die Kreistaste, um die Zielsuch-Paketen zu starten. Beschleunigen kannst du durchhalten, die X-Taste. Okay, geil! Wuii! Oh, sowas mag ich. Das erinnert mich an Halo Reach. Leg da! Wow! Also ich habe mir eine gewisse Anzahl von Raketen. Wow, ich zerstöre alles. Geil, das Spiel ist echt innovativ. Maschinengewehre, Feuer! Oh, er bringt Munition, ah! Schmecke eher dies! Gibt es da aufhören, mich abzuballern? Aber ich kann mich nach rechts lenken. Der da! Yes! Lass mich in Ruhe! So. Kann sein, dass die sich auffreschen, diese Teile. So. Hört auf, ihr kleinen, ekelhaften... Nervenbolzen! Aha! Okay, ich kriege Lebenskraft dazu, definitiv. Aber ich sehe hier nirgendwo meine Lebenskraft. Äh! Lass mir! Du auch! Lass mich in Ruhe! So, jetzt muss ich diesen Schlangenhaini da, der jetzt genau unter mir ist, vernichten. Ich werde euch alle killen! So, jetzt ist das Teil fällig! Wo ist er? Da ist er! Jetzt! Da war! Boah! Aha! Das sollte wohl reichen! Hier, bitte! Das wurde auch Zeit! Die O2-Maske! Das ging ja schnell! Du, 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 du! So ein bisschen Flammenwerfer jetzt verbraucht, aber hey! Ich kann ihn ja jederzeit aufrüsten! Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote! So! Eine gute Wahl! Hallo, Feuerknoll! Die Sprüche sind einträgsam! So! Jetzt können wir uns endlich besser umsehen auf dieser Wassermelone! Ja, Wassermelone war sowas von! Eigentlich müsste ich jetzt mehr als eine Folge aufnehmen! Weil privat zucke ich ja mal wieder Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories! Und das ist ja auch über PS2! Also, ich sage nicht ein PS1-Spiel, aber ich spiele es über PS2! Ey! Super geiler Sprung! Wirklich, ich bin beeindruckt von meinem Können! So, jetzt kann ich mich hier endlich auch als Ratchet umgucken! Bisher ging das ja leider nur als Clank! Ah! Warte, hier ist jetzt zu! Okay! Das heißt, als Ratchet gehen wir einen anderen Weg als wir als Clank! Was hast du denn Neues im Angebot? Hallo, Feuerknoll! Hallo, Feuerknoll! Eine Schönheit! Das ist nix mehr! Ich verwiesde hätte ich trotzdem gern, aber... Naja, vielleicht ein andermal! So, ich habe mir hinten die Hülle durchgelesen! Und angeblich soll es hier über, ich glaube 80 oder so... ...Items und Gegenstände und dergleichen geben! Und hier komme ich nicht rein, oder? Nee! Das heißt, ich muss da lang! Aber wohin? Da hinten hin? Okay, versuchen wir es! Ja, geht! Geil! Du Mistkäfer, auf zu pennen! Gut, Mistkäfer nicht im Nahkampf bekämpfen! Hab's verstanden! Dafür habe ich meine Knarren! So! Haha! Sind doch gleich viel besseres! Oh! Und das Moskito! Mehr Moskitos! Nee, warte einfach nur Vögel! Ah! Wie geht's jetzt weiter? Wow! Äh, das sinkt ein! Ah! La la la! Moment, da pennen noch mehr! Der da! Aha! Gegen Pyro Flammenwerfer haben die keine Chance! Boom! Alle! Zerstörung! Ich will einen Verwüster haben! Ich will ihn mir kaufen! Ich dachte, ich werde angerufen! Was käme jetzt noch zusätzlich! Hier noch ein Schnarchen! Hier bin ich jetzt! Rechts muss ich hin! Oh, da hinten sind noch mehr! Ich glaube, das würde ich dann meine Bomben erledigen lassen! Wozu hier im Shop? Und so das Ganze! Nice Item! Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote! Ne! Keine Nice Item! Der Verwüster! Exklusiv von Gadgetron! Eignet sich ideal zum Einsatz gegen Black-Schiffe! Ich habe aber keinen Verwüster! Wieso? Spiel! Bittest du das mir die ganze Zeit an? Toll ausgerechnet! Jetzt kommt er nach Hause! Gut gemacht Leute! Was ist das? Was ist das? Hinten pennt noch irgendwo einer! Hinten pennt sogar noch viel viel mehr! Wo mache ich das denn jetzt? Achso! Und ich glaube ich die ganze Zeit, dass ich angerufen werde! Weil der Hintergrund-Sound klingt hier genauso, als wenn ich angerufen werde! Oh! Mann! Ich frage jetzt nur, komme ich da hin? Wahrscheinlich nicht! Nein! Und da strenge ich mich so an! Ja, das halten wir aus! Mir fehlen noch! Fast 1.900! Ihhh! Ey! Jetzt ist es so, dann kriegst du es so! Ups! Nein! So! Schon besser! Oh! Das will ich nicht! Da lädt er mich ein in seinen Shop, weil er ganz genau weiß, dass ich es nötig habe! Okay, ich muss nach unten beuten! Hallo! Ups! Wobei, ich könnte Bomben gebrauchen! Hallo, Fell Knäuel! Hallo, Fell Knäuel! Hat er mich wieder ausgenommen in den Weihnachtsgangs! So komme ich nie zum Verwüster! Ich höre hier noch ein Schnarchen! Da oben ist er! Oh! 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 Kohle ohne Ende! Geil! Ich glaube, hier sollte ich doch den Blaster verwenden! Einer da! Einer hier! Mone! Junge, was hast du denn für eine Waffe? Was ist denn das für ein Geräusch? Mag das Teil das? Was ist los? Oh, da hält er sich erstmal an der Bombe fest, ich glaub's nicht. Ja, schmecket er dies. Activated, ja, Actimel. Aktiviert Akkwärkräfte. Actimel, hab ich gerade echt Actimel gesagt? Ich meine, Actimel, Aktimel aktiviert Abwehrkräfte. Die Ratchet nicht braucht, weil der hat genug davon. Jetzt sind wir da. Ja, da fehlt ein Raum. Ich mal zurück. Nicht wahr? Genau, da oben. Oh. Du Dreckiger. Ja. Ja. Oh, mir ist er. Ist der da? Ja. 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 Wie für ein paar Schrauben? Naja, egal. Habe ich wenigstens Chance auf ein Verwüster. So, das ist so eine Schlingplätze. So, merke mir, die Teile gehen ein. Wie ich da jetzt rechts abgehe. Achso, das ist nur ein kleines Traum. Oh nein! Hier wieder so ein Rocket-Ding. Team Rocket! Ich kann hier nicht meine Kamera drehen. Ja, supergeil. Sonder komisch in Kamerasicht hier. Vorne. Jetzt schauen wir mal. Oh, die Lenkung von dem Teil ist bescheuert. Ja, supergeil. Scheiß verficktes Telefon. Das war Ratchet & Clank. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Und dann noch mal, wenn wir so die Reihe drauf an, wenn wir jetzt anfangen. Ich bekomme jetzt nicht die wahrscheinlich. Ich bin das Tabern. Vielen Dank.